Objektivität nicht in Ruhe Alter, was passiert hier? Nein, was? Was? Wollt ihr mich verarschen? Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Nooks. Wir haben hier gerade jetzt Luft gelegt, denn es ist eine neue Runde. Und ihr seht, die Gegner haben auch erst zwei Punkte eingenommen. Insofern könnten wir sogar noch gewinnen. Man weiß es nicht. Ich werde einfach mal hier raus droppen mit dem EFV. So. Dann gucken wir einfach mal, wie das läuft. Wahrscheinlich werde ich jetzt direkt hier weggeholt. Oder auch nicht. So, ja, wir leben noch. Alles gut. Fast auf dem LKW geladen, Mensch. Das wäre doch mal lustig gewesen. Wäre aber eben nur. So, mal gucken. Dann meldet sich auch schon wieder mein Battle-Log hinten im Hintergrund. Das ist immer schön, dass die das nicht hinbekommen. Dass man den Sound nicht ausstellen kann. Zumindest bei mir funktioniert es nicht. Die Haken setzen sich immer wieder automatisch rein. Finde ich gut. Neues Battle-Log funktioniert einwandfrei. Beziehungsweise eigentlich ist es ja gar nicht neu. Es hat einfach nur ein Update gegeben, das irgendwie vollkommen sinnlos war. Man weiß es nicht. Woher soll man es auch wissen? Die Jets finde ich ja jetzt mal ein bisschen kacke, muss ich sagen. Wir haben hier gar nicht so viele Tickets. Nur 300. Ich wollte mal eine schnelle Runde spielen. Conquest ist ja ansonsten immer eine recht lange, recht langwierige Sache. Und die brauche ich jetzt heute ausnahmsweise mal nicht, muss ich ehrlich gestehen. Da kommt ein Mongo-Mobil. So. Der Mann ist ausgestiegen. Doch nicht. Jetzt ist er ausgestiegen. Und ich kann aber nicht auf ihn drauf schießen. Was eher ungünstig ist, möchte ich meinen. Wo ist denn jetzt? Oh, hallo. Verdammte Axt, ey. Das war ja jetzt mal zu erwarten. So, ähm. Ich steige einfach mal direkt wieder bei F1. Und zwar mit C4. Voll engelie, ey. Hallo. Ach, fuck, ey. Leck mich doch. Das ist doch zum Kotzen. Dass man immer nicht mehr abdrücken kann. Also die Animation kommt schon noch. Aber irgendwie kommt es immer nicht an. Ist nicht schade. Das finde ich echt... Es ist echt schade. Mann. Haben wir ein Fahrzeug. Da hinten steht ein Fahrzeug. Hören wir uns doch mal eben das Fahrzeug. Ein kleines Moped. So, und gib ihm. Ich glaube, wir verlieren. Mein Team scheint nicht fähig zu sein, hier ein paar Bases einzunehmen. Hopp. Gut. Musik eben wieder alleine den Helden hier spielen. Habe ich ja oft genug auch schon mit Franz zusammen gemacht. Insofern. Wieso soll ich das nicht auch alleine hinbekommen? Hahaha. Da kommt auch schon wieder der Tank. Ist doch schön. Da so vielleicht? Ne, es war falsch. Ja, mal schade. Hm. Spotten ist auch mal wieder sehr schwierig hier. So. Ein Punkt eingenommen. Aber wie ihr seht, ich bin immer wieder mehr oder weniger der Einzige, der hier irgendwie auf die Punkte geht. Ich glaube, die meisten Leute verstehen einfach nicht, worum es in den verschiedenen Spielmodi geht. Ich glaube, die meisten, die spielen hier immer Team Deathmatch oder so was. Aber gut. Jeder, wie er will, wa? Ich meine, es ist jetzt nicht das Interessanteste hier, wenn man auf keine Gegner trifft, ne? Aber, äh, es bringt dem Team doch eine ganze Menge, wenn man einfach mal ein paar Punkte einnimmt. Die ist halt einfach mal Fakt. Oh, verdammt! Ey, das gibt's noch nicht. War das ein Gegner? Das war ein Gegner. War das ein Gegner? Fuck you! Fuck you! Oh, nur mein Tank checkt gar nichts, Alter. So, jetzt ist er tot, wie's aussieht. Hoffe ich zumindest. So, machen wir mal ein bisschen Abwechslung hier, ne? Mal ein bisschen Jet-Action. Da ich ja der Profi bin im Jet, wisst ihr ja alle, würde ich einfach mal sagen, wir kümmern uns mal um den anderen gegnerischen Jet. so, oh, oh. Ah, noch nicht einmal getroffen, das ist schon mal gut. Uah, ah! Wo gab's du denn hier, ey? Warte mal, hab ich hier irgendwas Gegnerisches gesehen? Ja, hab ich doch alles Gegnerisches gesehen, oder war das? Hm. Weiß ich nicht. Oh. Hallo, Heli! Ha! Hm. Also, so richtig mit dem Treffen ist das gerade nix, möchte ich meinen. Aber gut, wir können's ja nochmal versuchen, mit nem weiteren Anflug. Langsamer werden. Vielleicht treffen wir ja den Menschen da unten. Nö. Machen wir nicht. Der Heli ist auch weg, oder wie, oder was? Ne, der steht da. Ne, der fliegt da. Uah! Ähm, ja. Es kann ja mal passieren. Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Ist irgendein Fallschraum in der Welt. Kann das sein? So, E gehört nur uns, der Rest nicht. Mein Team ist mal wieder sehr sensationell gut. Muss man einfach mal so sagen. Und hier sind auch schon wieder die Gegner. Oh, da hinten ist ja noch jemand. Blödes Arschloch, ey. Dass die sich immer oben hinstellen müssen. Sag mal, wie schlecht ist denn mein Team, ey? Guckt euch mal an. Ich hab zwei Leute gestorben. Äh, ich hab zwei Leute gestorben und bin auf Platz drei. Wie kann denn sein? Pfeifen. Es ist immer wieder das Gleiche, ey. Es spielen nur noch Pfeifen hier in dem Spiel. Letztlicherweise immer in meinem Team. Was ist daran, mal ein paar Pünktchen einzunehmen, ey? Man versteht es einfach nicht. Man versteht es einfach nicht. So, hier ist niemand. Doch, da ist ein Tank. So, mal hau doch mal drauf da. Geh doch. Das dauert einfach immer viel zu lang, ey. Na, wer schießt? Unser Heli. So, mal gucken jetzt hier. Ab geht's. Ab zu... Bertha, komm. Wir nehmen uns einfach mal Bertha. Ist nah dran. Ist auf dem Boden. Das passt. Zack. Oh, du bist ja jemand von mir. Ha, hätte ich aber auch erkennen können. Durch einen kleinen Blick auf die Mini-Map. Warte mal. zwischen diesen Containers. Fuck you! Dieser Drecksack, ey. Der tötet mich jetzt auch schon. Äh, ich hab jetzt gerade noch nicht gelesen, wie oft, aber er hat mich schon ein paar Mal getötet, auf jeden Fall. Direkt mal wieder bei B einsteigen. Wo ist er? So weit oben. Und dann erschießt mich natürlich jemand unten. Ich bin Platz 1. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Was geht hier mit diesem Team ab? Leute, kann mir das mal wieder jemandem verraten, was hier los ist? Was ist daran so schwer, einfach die Punkte einzunehmen? Ich check es nicht. Ich check es nicht. Aber muss ich auch nicht, denke ich mal. Das ist wahrscheinlich, äh, einfach der neue Style, in dem man Battlefield spielt. Man geht nicht mehr, äh, aufs Ziel, sondern man fährt einfach durch die Gegend, guckt sich ein bisschen die schöne Natur an. Das finde ich echt sensationell gut. Und schon. Okay, ist mindestens ein Mensch. Was ich jetzt gar nicht so gut finde. Ähm. Und ich seh ihn nicht. Was ich noch viel schlechter finde. Aber vielleicht haben wir Glück und der lässt sich gleich mal blicken, der Freund. Äh. Nö. Macht er nicht. Doch, da ist er. Was war das? War das ein Gegner, der da geschossen hat? Oh, Tank. Schnell! Mensch, da haben wir ja schon verloren. Ist doch wohl nicht zu fassen, ey. Wie schlecht war das denn, ey? Wie schlecht war denn bitte das? Es ist ja wohl nicht zu fassen, ey. Schwach. Einfach nur schwach. Ich würde aber einfach mal sagen, da schieben wir noch eine ran. Noch eine Runde. Oder was meint ihr dazu? Ja. Ich finde das gut. Ist doch gut. Auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Klingt mal hier das Ding. Kommt da noch jemand mit drin? Nö, hier ist irgendwie niemand da. Bis auf mich und noch jemand, der jetzt drin ist. Das ist gut. So. Und noch ein Squat-Spawn. Das ist auch schön. Wir fahren einfach mal zu Dora. Da fährt nämlich bestimmt auch die gegnerische Tank hin. Und ich würde, er wird ja mal so gern sofort zerstört. Da ist er auch schon. Wir haben niemanden dabei, der reparieren kann. Oh. Doch, da repariert jemand. Das wäre ja gut, dass da jetzt jemand gestorben ist. So. Hey. Bisschen besoffen. Entschuldigung. Entschuldigung, Jungs. Es kommt nicht wieder vor. Hoffe ich. Hör. Fuck. Warte mal, hier war doch gerade jemand. Wo war denn der? Wo war denn der? Oh. Kommt man klar da hinten jetzt, ey. Was? Wie konnte mich der denn noch treffen? Das ist wohl nicht zu fassen, ey. Uh. Da steht jemand. Ist er tot? Ist tot. The objective has been moved. The objective has been moved. Der ist auch tot. Ganz kurz aussteigen. Rätzen. Wieder einsteigen. Zack. Läuft. Nein. Falsche Richtung. Der ist tot. Der Mann. Möchte ich meinen. Das ist immer ganz gut. Oh. Hallo. Na. Wie geht's so? So. Minen. Nein. 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 Da hinter uns war jemand, aber ist egal. Ich glaube, da wollte jemand mitfahren. Tut mir leid. Entschuldigung. Wieso sehe ich hier niemanden? Wurde doch gerade noch angegriffen. Das kann doch jetzt auch nicht sehen. Hm. Wird irgendwie wieder angegriffen, wenn wir irgendwie wegfahren? Ja. Ja. Da ist er ja. So. Oh Mensch Wie sind denn hier gleich so viele Jungs, ey Das ist doch kacke Oh, ich glaube ich müsste raus Ja, ich sehe nichts Fuck Gut, aber War ja mal was Aber trotzdem irgendwie Irgendwie fühle ich mich nicht gut, weil irgendwie habe ich mich gefühlt Als ob ich den, und wir verlieren schon Nein, wir verlieren nicht Aber wir besitzen irgendwie recht wenig Ach komm Steigen wir direkt mal bei E ein Er ist tot Fuck Fuck Scheiß Arschloch So Ähm Ich steige einfach mal bei meinen Leuten ein Vielleicht mal hier mit Uh Uh Irgendwie bin ich fast tot, kann das sehen Tja, irgendwie hat das jetzt nicht so funktioniert, meinen Plan Schon wieder nicht, ey Scheiß Tötet die Jungs mal, das finde ich gut So, ich bin gleich wieder da, mein Freund Drei, zwei, eins Nein Fuck, da haben wir uns gegenseitig behindert Aber da hinten war auch jemand Es tut mir leid Es tut mir leid Aber unser Mörder wurde auch getötet So, schnell mal wieder einsteigen, weil die Jungs sind auch da So wie ich das sehe Fuck you Jungs, ihr dürft Mehr Leute töten Also ihr aus meinem Team Weil ansonsten Wird das nix So, Cäsar Zack Cäsar wird auch direkt von dem Gegner angegriffen Dank Darks, ey Nicht mal ein Handkill gewesen Ich hab ihn noch zuerst gesehen Das ist voll gemein So, ich geh mal hier durch zu Berda Zu Berda Vielleicht Hab ich da ja Glück Tatsache Da wird bestimmt gleich jemand hin und retzt Oder auch nicht Aber hier direkt rechts um der Ecke steht jemand Ja, sehr schön Hast du gut gemacht, mein Freund Schon, geh hoch He Zack Juhu Manchmal läuft's Manchmal läuft's einfach Muss man einfach mal so sagen Ich glaube, wir kriegen mittlerweile eine gute Mischung Es gibt so Szenen, wo ich denke Alter, du bist ja der letzte Der erste Noob Und dann gibt's wieder so Szenen, in denen ich denke Joa Doch Ist okay, was du da gerade veranstaltet hast Wo ist er denn? Ach da Das war schön Oh Was? Wo ist er? Da hat doch gerade noch jemand Das wäre auch ganz gut, Jungs Wenn ihr mal Ein bisschen mehr ritzen würdet Das wäre gut Wenn ihr mal nicht So immer die gleiche Klasse nehmen würdet Von Sniper bis Ziviermensch oder so Sondern stattdessen einfach mal Ein bisschen ritzen So, ja, da ist uns Nein So, und jetzt haben wir wieder kein Retzer hier Ich steig bei C ein Das bringt da nichts bei B Das ist wieder so eine festgefahrene Sache Wupp Emil wird eingenommen Bertha wird von den Gegnern eingenommen Ich geh einfach mal Über D zu Bertha dann Über D zu A zu B So machen wir es Dub Wir machen jetzt die Dubstep Vielleicht wird das ja was Das ist schon mal eine Mine Aber ich glaube Ja Ey, das ist doch nicht zu fassen, Mann Der hat wieder irgendwie Auf ganz niedrigen Grafikeinstellungen Deswegen konnte er durch die Sachen durchgucken Und ich hab ihn erst gesehen Als er An den Sachen vorbeigelatscht war Und es retzt mal wieder Keine Sau Doch Ey, geil Geil Sehr gut, mein Jung Au, au, au Hier war aber noch jemand Oh, fuck Nein, das gibt's doch einfach nicht Er hat noch 75% Ey, das ist doch wohl nicht wahr Danke Jungs Ich finde gut Jetzt finde ich mittlerweile richtig gut Wie ihr spielt Ich werde zumindest gerätzt Das ist schon mal was Ich gehe mir durch die Gänge Denn ich glaube, das ist sinnvoll Als wenn wir da über die Straße latschen Okay Okay Oh, fuck Alter 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 Da war noch jemand hinter mir Daran liegt's Daran liegt's Hab schon gedacht Das kann doch nicht sein Dass der jetzt stirbt Da Äh, dass ich jetzt sterbe Und er nicht So, Emil Ist das unser Tank Emil ist nicht unser Tank Fuck Wo steig ich denn hier ein, ey Was ist das für ein scheiß Einstiegspunkt Oh Uh Dass da ein Zucker gereicht hat, ey Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht Was ziehen Er hat ihn Aber hier ist noch jemand Sehr gut Boah, ey Ich hasse es Wenn im Hintergrund Irgendwie noch jemand Von, von einem Aus dem eigenen Team rumläuft Und dann hängt da halt Irgendwie so ein blaues Zeichen Über deren Kopf Obwohl das die Gegner sind Wenn er versteht Was ich meine Ich hasse ja irgendwie Die Arswall, ne Wieso immer genau Wenn ich hüpfe, ey Fuck Ich hab gedacht Er wäre tot Scheiße Sehr schön Sehr schön Sieht's aus Ja Wir verlieren Es ist schon schade Scheiße Ich hab nochmal die Arswall Fuck Was handelt jetzt Was handelt jetzt Hallo Hallo Fuck Alter, was passiert hier? Nein, was? Was? Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Dieses Kackspiel. Das ist doch nicht zu fassen, Mann. Ich kann das einfach nicht fassen, ey. Fünfmal drück ich auf Messern. Und wer stirbt? Na, ja! Ah! Wenigstens habe ich sie alle drei getötet. Ist doch mal schön. Und trotzdem... Es bringt halt einfach auch nichts. Ne? Was ich hier mache. Muss man einfach mal so festhalten. Weil irgendwie... Hoshu tut noch was. Und auch VVL. Aber der Rest... Nein! Was ist jetzt los? Oh, ich bin aus dem Spiel geswitcht. Oh, ich bin noch da! Fuck! Sollte dich die Windows-Taste drücken? Wenn man im Spiel ist. Das ist eher suboptimal. Jo. Da habe ich jemanden recht zu gehen. Zack! Und schon verloren. Ey, es ist doch wohl nicht zu fassen, ey. Es ist ja mal... Wie soll man denn da noch gegensteuern? Also jetzt mal ehrlich. Bin ich ja fast MVP geworden. Aber eben auch nur fast... Aber Squad-Vibe-Ribbon habe ich bekommen. Das ist doch auch mal schön. Und MVP-2. Ist auch ganz schön. Muss ich einfach mal so sagen. Für mich persönlich war es erfolgreich. Aber ich bin nicht befriedigt, weil wir eben verloren haben. Weil es mal wieder niemand hinbekommen hat. Vernünftig aufs Objective zu gehen. Das ist schade. Aber gut, ich wünsche euch was. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss! What the f***?